Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Inside zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Muss sich Marco Rose etwa doch sorgen um seinen Job beim BVB machen? Das ist zumindest nun ein Bericht der Bild nachzuverfolgen und zu denken, denn laut der Sportbild ist der Trainer nicht mehr bei allen Klubbossen unumstritten und es wird durchaus darüber diskutiert, ob er der richtige ist, auch über den Sommer hinaus. Hauptgrund dafür sind sicherlich die ausbleibende spielerische Entwicklung der Mannschaft sowie auch generell das schwache Abschein in den Pokalwettbewerben. Zudem setzt es zuletzt nach diesem 5 zu 2 gegen Leverkusen eine neue Terba Heimpleite mit einem 1 zu 4 gegen Leipzig, was einfach nicht zufriedenstellen kann. Die Sportbild geht sogar davon aus, dass die Diskussion um Rose bei einer weiteren Pleite am Freitag beim VfB Stuttgart Fahrt aufnehmen würden. Erst einmal nicht mehr, aber vor allem auch nicht weniger. Und sollte es dann zum Fall der Fälle kommen, wäre eben auch mit Edin Terzic der direkte Nachfolger schon zur Verfügung, der aktuell nach seinem Pokalsieg im letzten Jahr in den Post des technischen Direktors bekleidet. Und somit bleibt Roses Zukunft durchaus ungewiss. Eure Meinung dazu? Geht mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball!